ihr lieben es ist vollbracht 5000 abonnenten es ist eine unfassbare zahl sind ja wirklich super viele und ich wollte euch sehr 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 dafür danken dass er mich so herzlich unterstützt und so viele tolle kommentare schreibt und mir auf twitter folgt oder mir rege unterhaltungen führt und natürlich facebook auch und ja ich wollte jetzt gerne noch einen contest starten der zu tun haben wird mit den deals der letzten des letzten jahrhunderts klingt komisch aber so ja auf jeden fall würde ich mir wünschen dass ihr mir einen look schminkt oder eine frise macht nicht so toll wie ich das heute gemacht habe irgendwie meine haare sind für sowas ich nicht gedacht ich habe blocken gemacht und so sieht es dann nach einer halben stunde aus es war eine locke drin da kann man sie noch sehen ja des letzten jahrhunderts dabei ist mir völlig egal ob es ein wird ob es ein nageldesign wird ob es eine frisur wird ein make-up wie auch immer ob es fotos sind oder dann also aneinandergereihte fotos oder welche auf die vor die kamera setzt und mir zeigt wie ihr das macht und mir ist auch das jahrzehnt egal es dürfen die 20er die 30er 40er 50er 60er 70er 80er und 90er sein und eurer kreativität ist dort ist dort keine grenze gesetzt und ja und ich würde mich über ganz viele tolle kommentare kommentare ich bin schon wieder voll durch den wind über ganz viele tolle beiträge freuen die grundsätzlichen mitmach kriterien stehen wie immer in der infobox ich habe hier 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 pakete sechs stück mit verlosungs inhalt die dann an euch gehen das eine wird auch ein twitter contest sein wo ihr mich antwittern müsst mit einer bestimmten frage die ich euch dann gleich stelle und zwar könnt ihr dann bei twitter gewinnen diese nyx lipgloss palette die catrice wimpern aus der papagena le den goldenen nagellack aus der papagena le ihr seht es noch eingepackt und ein wärmeherz weil wir haben jetzt ja herbst und bald ist ja dann auch winter und dann braucht man ja warme finger also das wäre dann euer twitter gewinn auf twitter sollt ihr mir schreiben welches jahrzehnt euch modisch stylisch geschminkt mäßig haarmäßig am besten gefallen hat oder gefällt gefallen hat ihr wart ja auch alle dabei welches jahrzehnt euch am besten gefällt und warum und ja das dürft ihr mir dann an meine twitter adresse schicken mit at woodgreen106 und aus allen antworten suche ich mir dann mit random.org oder irgendwie anders je nachdem wie viele mitmachen die person aus die dann diesen kleinen gewinn bekommt ich werde auch einen kommentar preis hier unter dem video starten und zwar möchte ich auch als kommentar genau das gleiche wissen wie bei twitter ich möchte wissen welches euer liebstes mode jahrzehnt war wie gesagt frisur outfit egal warum euch das am besten gefällt und mir halt schreiben warum euch das am besten gefällt also schreibt mir welches jahrzehnt euch am besten gefällt und warum unter allen kommentaren werde ich auch dann einen auslosen eben auch über random.org für den kommentarpreis gewinner gibt es eine kleine probe von evril lavigne einen eklips lidschatten la rush la push 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 ich habe die filme gesehen und weiß es trotzdem nicht ihr lest selber also ein eklips lidschatten ein kleines faces prübschen von la vera einen kleinen obi-eyes lack aus der katy perry le ein nx nagellack in der farbe second skin und aus der papagena le von katrice bird of paradise auf jeden fall so ein kristall lippet stift so das wäre der kommentarpreis für unter dem video unter den videomachern werde ich dann noch ein zwei drei vier pakete verlosen und zwar einmal mit diesem katrice katrice urban barock masquerade ball wie auch immer puder das so toll nach rose riecht und dass ich nicht aufbekomme so also einmal dieses puder den eklips nagellack in der farbe don't bite me kiss me den katrice limited edition eyeliner pen aus der papagena le in der farbe welcome to the jungle und den bird of paradise blush stick das wäre ein paket dann habe ich ein paket mit dem moonlight pinsel von essence dem vintage style eyeliner von essence einem la color snail lacquer nein lacquer nagellack in pink sizzle und den katrice nagellack ice cream peach auch ein video gewinner dann habe ich einmal aus der show of den pinsel den gel eyeliner five pocket gray den katrice nagellack captain sparrow's boat und aus der papagena le die gold nuggets kommt ein video gewinner und als vierten und letzten video gewinner gäbe es dann zu gewinnen die eye palette eyeshadow palette rumble in the jungle den nyx lack in der farbe dynamic glitter einen essence glossy lip balm in sweet strawberry und den lilanen nagellack aus der papagena le sooo das wären die pakete die es zu gewinnen gibt bei twitter als kommentarpreis und als videopreis wie lang der contest geht schreibe ich euch alles drunter ich habe mir jetzt datumsäglich noch keine gedanken gemacht ich finde meine frisur zu ja äh ja so ich hoffe ihr macht ganz rege mit ich würde mich da irre drüber freuen wenn jemand zum beispiel kann diese kaltwellen legen die es so in den 20ern 30ern gab bitte macht ein video drüber das würde mich urst interessieren ähm ja und wie auch immer wenn ihr ein 80er nagelldesign machen wollt da freue ich mich auch drüber finde ich auch immer super spannend und ähm ja so sieht das aus das ist mein contest mein contest auftrag an euch ich hoffe euch gefallen die preise ein bisschen und ähm ihr fühlt euch motiviert mitzumachen ich würde mich sehr drüber freuen ich danke euch ganz 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 herzlich und bis zum nächsten video ciao